Natürlich bin ich dafür, weil egal wo du reingehst, musst du deinen Impfpass, den Impfnachweis vorzeigen. Das nervt. Bei den Zahlen, die wir hier gerade in Duisburg haben, sollten wir eigentlich da noch ein bisschen mehr drauf achten und keine Lockerungen. Man könnte auch den Ländern folgen, die das jetzt ein bisschen auflockern. Man könnte dem Beispiel folgen, um das ein bisschen aufzulockern. Wir haben jetzt ein bisschen lange drunter gelitten. Ich denke, wenn jeder wirklich vorsichtig wäre und sich an alles Mögliche halten würde, wäre es einfacher. Aber es gibt ja immer welche, die einfach die strengen Regeln brauchen. Ich würde mir wünschen, dass die ganzen Einschränkungen, die wir im Moment haben, vielleicht klar und verständlich formuliert werden.